Hallo Leute, wie ihr es schon gewohnt seid von mir, wieder heute eine Information, ein kleines Informationsvideo, wie ihr sehen könnt, der neue International Man of the Match wird Theo Walcott sein, 98 Tempo, 90 Dribbling, 87 Passen und 81 Schuss, naja der Schuss könnte besser sein, aber Walcott hatte noch nie einen guten Schuss bei Ultimate Teams, aber das Tempo allein schon, also schneller ist nur der 98er Messi, glaube ich, Wahnsinn, Wahnsinn und ich schätze den Preis, zumindest zu Beginn, auf eine knappe halbe Million, ich werde ihn wie immer nicht ziehen können, bin noch am Handeln, Schreibt mir doch, ob ihr ihn ziehen wollt, ob ihr es vorhabt, ein Pack Opening seinetwegen zu machen, schreibt mir das doch bitte in die Kommentare rein und noch ein kurzes Wort, warum er Lila geworden ist, also ich fand, er hat heute super agiert, er hat ein super Spiel gemacht, hat super Flanken gebracht, super Pässe gespielt und meiner Meinung nach hat er auch zum Sieg von England deutlich beigetragen, deswegen hat er auch die Karte verdient, meiner Meinung nach, wenn ihr andere Meinung seid, schreibt es in die Kommentare und von mir war es das jetzt auch schon wieder, ich arbeite nämlich schon wieder am neuen Video und sage, ciao, euer Haxenbayer